Und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge der Space Engineer Staffel 3. Am Start haben wir wieder unseren Roro. Hiho. So, ich war jetzt mal kurz auf Screen. Hinten bei der Bohrinsel, da hatten wir zum Glück noch ein paar Hersteller gehabt. Petra ist so halbwegs voll. Mal gucken, wie weit wir jetzt kommen. Und da ist ja jetzt eh gerade Tag, jetzt müssen wir das ausnutzen, weil am Tag lässt sich doch etwas besser schweißen. Weil wir sind ja jetzt auch schon fast hinterm Berg. Und wir durften jetzt auch bald die Hälfte der Strecke geschafft haben. Von der Theorie zumindest. Der Theorie. Die Praxis wird doch ein bisschen schwieriger. So, guck mal. Vorsichtig ran. Wie lange haben wir noch Energie vor 20 Minuten? Ui, ist nicht viel. Ja, also wenn der Absturz, dann ist die Folge vorbei. Äh, ja. Und du hast die Folge länger. Ich glaube eher geht das Material aus. Das denke ich auch. Leck? Ja, bei mir auch. Ich kann nur nicht schweißen. Alles schnell? Nö. Hast du deinen Schweißerpass immer noch nie gemacht? Hm, nein. Das ist schon merkwürdiger Bug. Ja, gut. Ich kann ja schon 41 Prozent bei jedem schweißen. Immerhin. Ach, Materialmangel oder wie? Nein. Auch nicht bei. Aufgrund des Bugs, oder? Ja. Ja. So, ich bin jetzt hinterm Berg. Glaube ich. So. Die nächste Zwischenstation jetzt. Boah, hochkonzentriert hier am Schweißen. Und das ist... Oh, derbe. Ha, 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 ha. Noch eine Zwischenstation. Mal gucken. Jawohl. Die haben wir auch. Läuft bei dir? Ja, noch. Und? 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 Nein! Und, was ist diesmal? Nein, diesmal nicht der Hersteller? Ui. Die Stahlplatten sind mal aus, ey. Ich fass es nicht. Ja. Ha, 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 ha. Ey, zum ersten Mal liegt's mal wieder an den Stahlplatten. Ha, 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 ha. Okay, die Base ist jetzt 1037 Meter entfernt. Und, äh, die Bohrinsel 1587. Hm. Oh, fast der Hälfte. Geschafft. Fast der Hälfte. 14 Minuten Treibstoff. 11 Minuten. 10 Minuten. Oh, oh. Ja, kann doch fallen, wie viel du betätigst. Oh, jetzt wieder 30 Minuten. Also hier wär's schlimmer, wenn in der Saft ausgeht. Das wär nicht so gut. Im All kannst du immer noch sagen, naja, passiert ja nicht viel, ne? Versuchst es halt ein bisschen zu stoppen oder so. Aber hier sagst du ab und bumm. Alles war weg. Alles war weg, ja. Alles war weg, ja. Aber das Gute ist an der Petra, wenn du steuerst, der lädt sich sogar auf. Also hatte genug Strom auch, eigentlich in Luft zu schweben zu bleiben. Also, ja. Das sind noch zwei Balken an den Batterien. Ich würde auf jeden Fall mal andocken. Müsst du eigentlich rein. Ja, kannst du mal andocken und derzeit kannst du dann füllen. Das müsste jetzt die Siegung sein. Genau. Na, Vorsicht, Vorsicht. Ah, ist doch noch extrem weit weg. Da, der, der im Anschluss auf den Weg machte. Oh, Mann hört die Traste aus. Macht mal die Traste aus? Das wurde neun und äh, jetzt ping. Das war's. Oh. Wir bleiben nur Treibstoff, 17 Jahre. Yeah! So, wir brauchen Stohrplatten. Immer noch nicht schweißen was ist los. alles ich wusste nicht das ist nur und aus einigen achten oder frachtcontainer der voll vorbeigezogen stahlplatten da hat man doch was welche hergestellt ja die sind bestimmt schon wieder alle oder und das weiß ich nicht dann vielleicht dann sollen ja oder du guckst mal ein taxi vielleicht sind ja noch ich glaube das taxi hat mal leer gemacht ich glaube das letzte mal war noch ein Rücken oder weiß ich guck mal das nur intern doch hier nur noch stahlplatten gewoll jede Menge wunderbar so muss das b ach ist das ein grauen hier sind ja auch noch mal 1215 Motoren drin ja dann denke ich mal den Motoren haben wir genug ja bis jetzt wir hatten ja vor uns ja auch noch welche hergestellt gehabt also ich denke mir auch dass die Menge reichen wird hoffen wir es mal hoffen wir es mal hersteller nehme ich schon ein paar mit kann nie schalten so und es wird schon wieder nacht ich muss unbedingt weiter fliegen fliegschweißen so docken wir mal ab also P dann äh die 7 und die 9 und und jetzt zappen du es noch hier und 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 Petra, brems bitte ab. Danke. Machst du nicht kaputt? Ne, das tut nie not. Ich sehe hier gerade nix mehr. Hast du dich an? Ja. Gehört. Einmal bin ich zu hoch, aber keine Ahnung. Also von hier aus bist du auch ziemlich hoch. Ich wollte noch nie den Berg knutschen. Du müsstest ja eigentlich die Pipeline sehen, ja? Bist du noch so weit weg? Keine Ahnung, sehe ich ja nix. Es müsstest, naja, ich weiß ja nicht in welche Richtung du jetzt ziehst, vielleicht ein bisschen weiter nach rechts. Andere rechts dann. Ich glaube schon noch weiter vor. Du kommst eigentlich ein bisschen weiter zu mir. Ja, muss ich ja noch, ich bin ja noch am Berg. Ja. Aber du müsstest eigentlich bei 10. Keine Ahnung. Ich glaube ja immer noch, dass ich zu hoch bin. Vielleicht da. Wie hoch bin ich denn? Ich müsste doch mal langsam Berg sehen. Ja. 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 Hier, ich höre es. Na ja, 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 ja. ist es jetzt nicht mehr die scheinbar verreichen die alles vor der petra jetzt sehe ich sie wieder jetzt wieder nicht mehr du beleuchtest einmal ein bisschen tiefer jawohl ich sehe pipeline er hat mir nie angefangen hier an der pipeline zu schweißen ja hier ein schönes stück zurück das war jetzt die schwere geburt jetzt gehe ich wieder zurück hoffentlich komme ich nicht irgendwo auf oder so solltest du sterben kannst ja mit einem länder runterkommen mal gucken wie weit ich jetzt mit den herstellern komme das fehlt eine andere ich glaube eher gehen die hersteller alles muss doch gleich wieder eine zwischenstation hier kommen genau ja läuft ok jetzt ist wieder material aus und zwar hat aber nicht lange dauert kleine stahlruhe aber da waren noch welche hinten bei der buchstation 600 durfte erstmal reichen und wir sind am folgenden das war es euch schon wieder für heute liebe leute wenn es euch gefallen hat lasst doch einen kommentar da daumen oder ab und alles wir bedanken uns fürs zusehen bis zum nächsten mal tschüss 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 tschüss